Kauf nicht möglich, Inventar ist voll, verkaufen, jo, ist gut, ein bisschen verkauft. Wieso habe ich denn kein Lager? Ah, klar, den kann ich nicht auf Lager kaufen, so ein Blödsinn. So, dann beam ich mich gleich mal hier ran. 3, 2, 1, dran beamen. Oder? So, das war ein Moment, aber man kriegt sie alle, irgendwann, irgendwie. Und bla bla bla. So, jetzt die Frage, wie viel brauche ich zum vervollständigen? 3,200. Ah, obwohl ich kann das eine ja auf Lager kaufen, die Rüstung. Wie kann ich... Nein, 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 nein. Verdammt. So, die Rüstung kann ich ja auf Lager kaufen. Kann ich noch nicht nehmen. Das ist auch ziemlich teuer. Ah, verflucht. Alter, den versteht doch niemand. Oh, ähm, wie viele Spiele bisher, ähm, nicht so viele, wirklich. Das ist wirklich nicht so viel, ich glaub fünf, sechs, das könnte mein siebtes sein, könnte mein siebtes sein. Das könnte mein siebtes sein. Schaden, okay. Hm, kein F. So, kann ich alles angreifen, was da ist. Dann weiter geht's. Ah, vielleicht sollte ich mich wieder an die Kollegen hängen. Das war doch immer ganz, das war eigentlich ganz gut hier. Oh, das geht noch. Ich hab ja schon, äh, ich hab ja noch eine Vorerfahrung. Vielleicht 200, aber im Moment werd ich noch brauchen. Und ich weiß, dass es mit dem, mit dem Skill nicht gerade so gut läuft. Sagen wir es mal so. Also mit den Gegenständen. Aber immerhin kann ich fast schon zwei Spieler gleichzeitig, äh, zwei Figuren gleichzeitig spielen. So, nochmal ranhängen. Ähm, wie viel braucht ich jetzt für... Regeneration. Ach, der teleportiert sich da hin, so ein Sack. Äh, ne, 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 so. Ah, ich wollte auch mal zwischendurch angreifen, das wäre auch gleich mal hilfreich. So, 2300 brauche ich ja noch. Eieiei. Wollen wir mal mitdauern. So, schön. Nehmen wir gleich die Katapulte. Eventuell dann auch. Ob es auf meine Power steigt. Das ist mittlerweile ziemlich... Ziemlich viel. Oh. So. 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 Komm schon. 2300 brauche ich noch. Dann habe ich die Mitte. Oh, ein Abgang. Ja ja. Klopp du dich mal weiter mit denen rum. Und ich mache mich dann wohin? Äh, irgendwo mit oder so. Keine Ahnung. Yes. 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 So. Schussung holen. Was? Ach 2700. So ein Käse. Was? Das ist voll. Ähm. Oh, das ist voll. Ich habe was passiert. Ach. Verdammt. Ich muss zurück. Aber ich habe keinen Bock auf zurück. Deine Top-Barracks sind unter Attacken. Deine Top-Barracks fallen. Jetzt habe ich genug. Also, einmal eine Gruppe allein auseinandergenommen. Ach Gott, nee. So, jetzt endlich meine Rüstung. Komm schon. Ich kaufe nicht möglich im Etat, der ist voll. Ich verarsche mich doch nicht. Und jetzt darf ich nochmal. Geil. Oh, Moment. Eine Sekunde. Eine Sekunde. Richtig, ich bin doch mal ran. Ach, dann kann ich mir doch gerade wieder meine Schücheln holen oder so. Je nachdem, was ich da brauche. Ach ja. So, jetzt langsam will ich aber nochmal back to base. Hängst dich an. Ah, er bewegt dich gut. Nee, Moment. Du hängst dich noch an den ran. Und ich baue mir jetzt endlich mal die Rüstung zusammen. Ach, ich kann ja jetzt noch im Shop mir Okay, das ist Hauptsache, ich habe alles voll und Bewegungsgeschwindigkeit 345. Nicht sonderlich schnell, aber auch nicht schlecht. Was kann ich hier eigentlich auf X? X beschleunigt mich nochmal zusätzlich oder sowas? Keine Ahnung. Ist ja egal. Ich schäme mich an den ran. Jetzt kommt der Konter. Hoffentlich funktioniert das soweit. Was ist hier eigentlich mit V? Ich muss mich dann eigentlich mal sehr richtig da vorne tun. Ich muss mich eigentlich mal alles einsetzen, was ich hier so habe. So, einfach mal grundsätzlich immer hier X-C durchziehen. Das war mal ein geiler starker Konter und ich habe es doch noch geschafft einen scheiß Charakter in irgendwas zu verwandeln. Ach ja, wie schön ist das denn? Das Oh man, ich hätte auch gern mal wieder was gewonnen. Ich meine, in meinem Hammer ja, aber 5, 19, 12 und das mit so einem Geist, das war ja das ist ja echt nicht einfach. Echt nicht einfach. So. Level 4, Stufe 1 von 10 plus 10 Trophäenpunkte. Und TP 40 von 100 Talentpunkten. Naja. Auf in die nächste Runde. Wie viel haben wir mittlerweile? Halb 10. Halb 10. Sonntags. Ah Gott, da werden jetzt nur noch Idioten online sein. Also jetzt nicht nur noch Idioten, aber jetzt Leute aus anderen Zeitzonen, die jetzt noch Zeit haben zu spielen. Deutsche werden hier kaum noch dabei sein. Und Engländer, Amis, Australien. Australier? Ne, die haben Mittag momentan. Die haben ja irgendwie was war das? 8 oder 9 Stunden Zeitverzögerung? Irgendwo war der. Irgendwas war der. So, eigentlich müsste ich ja nochmal meinen Priest ja hier unten spielen. Mit seinem Tja. Er hält mehrere Stile. Ach so. Stimmt ja, hatte ich ja. Genau, da war was. Da war was. Tja. So sieht's aus. Schön. Also ich weiß schon, dass ich den das nächste Mal nehme, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Wenn's denn dann mal im Spiel vorkommt. Irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Morphling. Lieber nicht. Hatte ich den? Der war die Runde ja so gut. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Der war die Runde ja ganz okay hier. Ich muss einfach besser werden, dann gewinne ich auch Sachen. Nein, das ist doch gar nicht. Der sieht so glatt aus. Da ist irgendwas falsch. Da fehlt was an Textur. Der Phönix. Hätte ich den mal ausprobiert. Sven. Ach ja, das hatte ich ja am Anfang den. Centaur. Den hatte ich doch auch schon. So kann's gehen. Und Beastmaster X. X wäre auch nochmal. Interessant. Oh, da hat man ja aber auch Auswahlmöglichkeiten. Oh, was eine gewaltige Axt. Interessant. Das ist jetzt hier der Kriegslord von irgendwas. Das ist ein japaner, japanisch-asiatischer Sensenmann. Auch nicht schlecht. Oh, hat der viele Skins. Aber man muss auch zugeben, man kann viel mit ihm machen. Waffen, Helme, Rüstung. Eine Morgenstern-Axt mit Kette in der Mitte. Oh, der hat einen Fehler da. Der hält dort nicht richtig. Sollte man das auch mal? Das war ja nochmal eine peinliche Animation. Das ist ja hier eine richtige Henkers-Axt. Das ist ja der Hammer. Das ist eine mehr oder weniger Doppel-Axt. Der hat hier Ja, straight from hell würde ich mal sagen. Schäke Axt. Eine Spitzhacke, die irgendwie schlecht animiert ist. Ein Das ist eine Spalt-Axt. Holla die Waldfee, davon will keiner getroffen werden. Die Spalte-Axt ist enorm schwer. Was sind wir denn hier? Vier Minuten mittlerweile am Suchen. Hm. Der hat einfach nur ein brennendes Gesicht, hauptsächlich. Der hat ein Jetpack? Nein, einen Umhang aus Lava, Feuer und Steinen. Nein, nur Lava. Der Rest soll Hitze sein, so wie es aussieht. Der Spieltrinker. Single-Draft. Und wir haben... ... ... ... ...